Na gut, die Koab-Mission habe ich ja eh alle freigeschaltet. Für hier zumindest. Für die andere Welt, glaube ich, hoffentlich auch. Schauen wir mal. Und? Oh. Jetzt habe ich eine kleine A-Karte. Dieses Gebäude ist im Weg. Oder? Nee, es geht. Oh, warte mal. Runter, 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 runter. Ich will das Gebäude kaufen hier noch. Hallöchen. Eben noch in die Truhe hier. Mal eine kleine Bonus-Einnahme nehmen. Oh, Connors Meister-Assassiden. Das ist natürlich nice. Würde ich gerne das hier kaufen. 5.000, kaufen wir. Eine Kaffee. Für Frankreich sehr typisch. Auch gut, auch. Für den Ball so ein bisschen. Das war schon lustig und in Ordnung. Ach guck mal, hier gibt es auch noch eine Mission. Ja, was denn? Hast du eine Mission für mich? Okay. Ganz voll mal nicht so laut. Ja, eine machen wir definitiv noch. Ich... Ich... Ich bin müde. Müde, 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 müde. Schau mal eben. Alliopp, 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 alliopp. Äh, Gem-Play-Buff-File. Ja, wo muss unser guter Wetter her hin? Elise finden. Machen wir mal. Naja, wir müssen unten bleiben. Jesse, ich muss mal eben meine alte, gute Bekannte wieder suchen oder seine Freunde, seine Geliebte. Sagen wir das mal so. Seine Geliebte. Hm, 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 hm. Was tust du denn hier? Später. Elis ist wieder gefunden. Da ist sie. Und? To honor, ne? Da ist Elis. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Lauf, ich erklär's dir später. Beteiligen. Wir laufen das jetzt zusammenarbeiten. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Hab dich! Hi. Wo muss ich irgendwie noch zwecklein? Na, komm her. Was ist? Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und siehe mich unten. Sie können nicht weit sein! Hi. Oh, oh. Ja, mach mal einen. Guck mal, dann kriegen wir mal eine Option. Na, hier kann ich gar nicht hochklettern. Aber hier komm ich hoch. Wo ist der Ausgang? Da an der Tür, wenn ich die Tür geknackt kriege. Und sonst gehen wir da, 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 da an dem Toten oben vorbei und dann egal. Ja, Mist. Komm. Komm, Elise, komm. Ja, ich hab doch schon weggefunden. Verdammt. Noch eine Sackgasse. Ich kann überhaupt nichts sehen. Wie kommen wir hier rauf? Sie müssen irgendwo hier sein. Da drüben. Nein, wartet. Verdammt. Das ist tot. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Was? Was? Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus. Leise. Hast du eine... Ich glaube, das waren alle. So weit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau hier lang kommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ja. Sie sind. Warte. Schützen. Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach auch bessere Sicht. Schützen! Komm her. ich glaube nicht das war der letzte von ihnen lass uns verschwinden wieder so eine Zwischensequenz laufen die oder was ich trink mal schnell einen Schluck sie können nicht weit sein findet sie ich denke sie ab triff mich morgen im Kaffeetheater dann erklär ich alles ich werde da sein ich könnte mich verspäten okay party party ok ok der geht nur so auf den Keks hier so na aber auch fertig so verbrecher töten bonsai ich weiß nicht weißt du was nein nicht nach Versailles wir gehen ins Haus wir werden jetzt noch eine machen wir gucken uns die Erklärung noch an tief wie tief und dann schauen wir mal was er beziehungsweise sie zu erklären haben beide ach ja 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 Untertitelung. BR 2018